Ich geh jetzt mal wieder da rein, da wo es losgeht halt, wo die Tür aufgegangen ist dann. Unten rein? Genau. Genau, da wo die Spufe runtergehen. Jetzt geh ich hier so lang, da wo die Mine ausgelöst wurde. Bei dem Gang. Da hab ich doch auch den Gang lang. Stimmt, eben war ja so ein richtiger Bossfight. Hab ich ja schon vergessen. Wollen wir nochmal zurück in die Scheune gehen? Müssen wir eh, ne? Welche Scheune? Ganz hinten den Gang lang und links. Ja, links? Wo die ganzen Viecher kamen. Ja genau, da bin ich ja gerade schon drinne. Hier. Achso. Genau, hier müssen wir nochmal ein bisschen durchsuchen, glaube ich. Genau. Was ist denn das hier an der Seite? So, das geht da einfach so runter am Gelände. Hab ich so geguckt. Man muss da hinten rum und die Treppe hoch, ne? Hier ist sonst nichts anderes. Was? Ich gucke mal. Der Fahrstuhl hat uns dann da so runtergefahren, ne? Wo wir den besiegt haben. Genau. Hm. Batterie haben wir reingemacht. Komische. Wo ist denn? Krass. Hier unten wollte die Tür aufgehen, aber die ist da zu. Da unten so eine rote Tür. Da hat so gegengepochert. Wo denn? Von oben. Na, ich bin hier ganz oben. Ganz oben, wo man dann da so über die Brücke geht. Dann bin ich rechts in die Ecke gegangen. Und da unten ist so eine rote Tür. Und da hat so boom, boom, boom gemacht. Und dann hat die sich so bewegt da unten. Aber das ist ja so, ist da verriegelt mit irgendwas. Ich bin jetzt hier unten, wo wir gegen den Typen gekämpft haben. Und da oben war da auch eine Tür, ne? Ja, ich geh mal jetzt die Treppen hier hoch. Genau, ich geh jetzt auch die Treppen hoch. Und da ist doch eine Tür gewesen. Ne, da war keine Tür. Hä? Achso, ne, das ist ein Schwein, was da ist. Krass, da haben wir mal Schwierigkeiten, diese Codes zu finden. Ich guck mich mal jetzt hier nochmal genauer um. Und vielleicht steht das ja auf den Schweinen oder so drauf. Guck mir den mal hier an, der hier im Licht ist. Die Zahlen, die der Föhn gesagt hat, haben wir alle eingegeben, ne? Genau. Die hat er alle gesagt. Das ging auch nicht. Das ist alles gelogen, was er gesagt hat. Ah, hier ist noch der Matsch von diesem Scheiß-Fettsack. Der ist hier auf der Treppe gestorben bei mir. Ja, bei mir liegt der da auch noch so in seinen Stückchen. In seinen Stücken verteilt. Und hier an der Konsole, ging ja auch nichts. Das ist eine krasse Sache schon wieder. Haben wir ja auch gemacht. Gehe ich jetzt wieder an den Fahrstuhl, damit ich hier wieder rauskomme. Gehe ich auf den Knopf. Vielleicht passiert jetzt was anderes. Denk ich doch wirklich, dass ich nach oben fahre. Weil ich passiert was anderes. Was, vielleicht passiert was anderes? Genau. Wenn man hier oben ist. Gehe ich hier so lang. Genau, ich gehe hier so lang. Und hier ist ja dieser Typ. Vielleicht haben wir in dem Raum hier was vergessen. Ach so, ja, hier ist dieser Typ. Was stand da nochmal? Du bist als nächster dran oder so, ne? Auf seiner Brust. Ja, genau, du bist als nächster. Ah, das ist doch der Code, man! 1, 4, 0, 8! Jetzt haben wir ihn! Ach so, 14, 0, 8! Ah, jetzt gehen wir hier geradeaus, ne? Hier ist doch so eine Abkürzung. Genau, und dann rechts unten, dann ist doch da der Weg. 14, 0, 8! Krass, oh mein Gott! Das ist gleichzeitig. 1, 4, 0, 8! Warte, noch nicht! Ich bin auf Enter-Knopf, ich muss noch X drücken. Warte, ich muss... 14, 0, 8, okay. 1, 2, 3! 3! Open steht da, genau. Warte! Oh, Kumpel, das ist das Test seiner Fälligkeiten! Also nicht schubbeln! Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg! Guck, den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg! Ah, deswegen ist die Kiste hier! Ja. Wir müssen jetzt das Spiel mit dem mitspielen! Alles weg! Wir müssen jetzt alles wegpacken? Pack doch nicht meine Waffen weg! Kann man sonst nicht rein? Nein! Weißt du, den du rumschleppst? Pack das alles weg! Pack das alles weg! Das ist krank! Naja, alle Waffen mache ich einfach. Gucken, ob das reicht. Ja, warte ich mal ab. Nee. Wirklich alles. Krank, ne? Wer macht denn sowas? Da und waffnet rein. Oh ja, jetzt geht die Tür schon auf! Krass! Krass! Ja, ich habe es ja gar nicht aufgemacht, sobald das Inventar leer ist. Ich mache das auch jetzt gerade leer. Also, noch drei Gegenstände. Ja, genau. Ich stehe vor der Tür. Ist das bekloppt! Kann man sich jetzt nicht noch seine Waffe nehmen und dann ist man da mit der Waffe drin? Nee, komm, wir gehen rein und drücken dabei L1. L1? L1? Achso, genau. Ja. Ich bin jetzt drinnen! Ich bin drinnen! Es speichert! Es speichert! Es ist total dunkel! Vielleicht wissen wir das Spiel jetzt schon, weil wir das Video gemacht haben. Das wäre krass, wenn es gleiche ist. Wo gehst du hin? Ich geh jetzt zur Leiche! Ich nehme die Kerze! Oh mein Gott! Oh nein, bitte nicht! Wie schönen Tag noch! Alter! Willst du mich verarschen? Achso, der ist da rausgegangen! Ja! Jetzt sollen wir das Spiel wieder spielen oder was? Ich nehme die Kerze! Ist doch das gleiche wie vorhin! Aber dann sterben wir doch! Ja, wir sterben doch! Genau! Weil der weiß ja nicht, dass wir das Video geguckt haben, weißt du? Ja! Der will es das gleiche nochmal mit uns machen, wie mit dem Typen, Volloptik! Ich hab den gar nicht angeguckt, wo der rausgegangen ist! Ich hab den so geguckt! Guck mal, jetzt guck ich hier ins Klo! Aber am Klo ist es nix! Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es das gleiche ist! Genau, am Klo ist nix! Ich glaub das kam auch erst später! Ich bin hier am Klo! Und da ist nix! Und ich bin hier in den Ecken! Wollen wir jetzt den Raum betreten, da wo es total dunkel ist? Ja, da müssen wir ja, wo die Küche ist! Ich geh jetzt rein! Ich steh jetzt hier so wieder am Herd! Ich steh an den Luftballons! Oh, es ist dunkel, Alter! Ich steh an den Luftballons! Ich geh jetzt dahin, wo die Dusche ist! Ja, genau, ich geh jetzt auch zur Dusche! Ich geh jetzt da durch! Jetzt ist alles dunkel! Ich geh auch! Jetzt ist Licht angegangen! Achso, ja genau so war's ja! Hä, wir müssen jetzt das gleiche Spiel nochmal spielen, Mann! Was willst du davon, wenn wir ein kleines Spiel schwingeln? Ja! Wir kennen das noch noch! Den, den Code! Hier komm ich! Ja, das ist halt das Gute! Genau! Warte! Alter, weiß das ja eben nicht, dass wir das schon gemacht haben! Also, dass wir das kennen! Ja, aber dann sterben wir doch trotzdem! Ja, wir sterben doch! Scheiße! Warte, jetzt mach ich hier die Puppe! Nein, wir sterben nicht! Du darfst nicht das, äh, Dings hier aufmachen, dass es brennt! Nicht das Fass aufmachen! Achso, genau! Achso, aber wir brauchen den Aufziehschlüssel für den Typen! Hier! Äh, die Puppe war das! Der Rabe und das Baby! Ja, genau! Geht direkt auf! Ja, gut, dass wir das wissen! So! Rabe! Strohpuppe! Ahhhh! Äh? Was ist denn das da an der Wand? Guck mal, an der Wand ist da sowas! Hier, so Bröckel! Ich mach da X draufdrücken! Oh mein Gott! Hier, neben dem Fass! Die Wand einfach aufbrechen! Was sind denn da Bröckel? Wenn du genau vor dem Fass stehst und dann links guckst! Achso, da, ja genau! Das ist neu! Mach das jetzt ab! Alles! Ich kann nur hier flüchten! Aber mehr geht nicht! Nee! Ist ein Hohlraum hinter dieser Wand! Ich will das fast noch nicht aufmachen, irgendwie! Nee, ich mach das auch noch nicht auf! Das muss zum Schluss vielleicht! Ja, genau, ganz zum Schluss, dass nur eine Mini-Pütze da ist! Ja, genau! Ja, Mann! Das ist der Trick an der Sache, wett dich, Mann! Ja, genau! Jetzt mach ich hier erstmal wieder das Feuer an mit der Kerze! Das geht nicht! Warum wir das gar nicht? Das geht nicht! Doch! Um das Seil da hinten aufzubrennen! Wieso geht das nicht? Klar geht der Herd an! Oh! Nee, anscheinend nicht! Explodierte Dinge oder was? Nee! Ah! Ja! Da siehste! Jetzt geh ich da hin und brenn den Lappen ab! Ja, das ist fett! Und wenn man jetzt sterben würde, dann würde man sich überlegen, warum! Aber das ist ja, weil du darfst das erst zum Schluss aufmachen! Jetzt mach ich hier auf! Die Tür! Und guck, da hinten ist das schon das gelbe! Das ist egal! Das liegt immer da hinten! Ja, ich seh auch das gelbe da! Genau, das liegt da immer! So! Können wir hier schon den Code eingeben? Ja, genau! Können wir schon eingeben! Mach ich Loser! Krass, ne? Genau! Und der denkt, wir wissen das nicht alles, weißt du? Ja, genau! Der denkt, wir sterben jetzt! Voll geil! Und dann haben wir das Video gesehen, siehste? Genau! Also wissen wir das alles gar nicht! Dann würden wir denken, warum! Wird jetzt aufgemacht und nehmen jetzt das Ventil! Ventil genommen! Vielleicht kann man das auch nehmen, nicht vom Fass! Ja, das Ventil brauchen wir doch, um das Wasser abzustellen! Achso, stimmt ja! Jetzt hier durch und das Ventil Wasser abstellen, ne? Ne, jetzt geh ich erst mal hier rechts zu diesem Rabenmann und mach den Luftballon da ran! Achso, genau! Vielleicht stell mich da so seitlich hin! Geht nicht! Du kriegst es immer ab! Aua! Voll der Nagel durch die Hand, ey! Krank! Voll krank! Voll krank ist das, ne? Hör mal genau auch durch die Hand! So, Federhalter! Jetzt müssen wir jetzt zur Toilette! Federhalter! Achso, aber die Toilette brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr, ne? Ne, aber was willst du denn bei der Toilette? Da ist doch nichts! Wegen dem Fernglas, aber wir haben den Code ja schon! Achso, genau! Ich nehm das trotzdem! Achso! Ich nehm das grad raus! Ich nehm das grad raus! Okay! Dann müssen wir jetzt, äh... Aber das brauchen wir doch gar nicht! Der braucht doch keinen Loser auf unseren Arm schneiden! Äh... Schreiben! Achja, stimmt! Deswegen brauchen wir auch nicht das Aufziehding! Deswegen... Ja! Deswegen brennt's dann auch nicht! Ja, genau! Jetzt gehen wir durch! Machen das ans Rohr! Ja, genau! Ja, genau! Wie... Ja, Mann! Wir wissen das ja alles schon! So! Geil! Deswegen nicht das Fass aufmachen! Das ist ganz wichtig! So, gedreht! Da wundert er sich! Jetzt geh ich zurück zum Herd! Mach die Kerze wieder an! Die Kerze wieder anmachen! Das gleichzeitig da rein stopfen in den Kuchen! Oh, jetzt ist wieder dunkel geworden! Oh! Aber kennen wir ja schon alles! Ich lauf los! Geh jetzt da so durch! Happy Happy Birthday und so! Genau! Jetzt mach ich da... Die Kerze... Eins, zwei, drei, ne? Machen wir da so rein! Eins! Das hab ich schon bedrückt! Achso! Genau! Jetzt... Ah, man kann nicht weggehen! Scheiße! Ich würde entdecken gehen! Genau! Ich dachte auch! Ja, und jetzt? Der weiß es doch, dass die explodiert! Der muss doch weg! Guck! Jetzt brennt hier nix! Guck! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal da unten! Das ist ein... Kranke Scheiße! Oh mein Gott! Und jetzt? Bombe, zeigst du da! Ja! Wollen wir mit Zeitzünder oder? Durch... Durchwerfen! Ja, ich hab's runtergebrochen! In den Ruheraum! Hab ich! Ich auch! Ich renne weg! Genau, mach ich! Ich gehe wieder in die Ecke so! Ja, ich auch! Wo die Dusche ist! Und das ist ein Trainers! Finde ich! Boah! Cool, ey! Geil! Ja, Mann! Fett! Das können wir da bestimmt durch! Geil! Wollen wir jetzt da durch? Ja, ich bin schon durchgegangen! Links! Guck mal! Der Stuhl, der dreht sich noch! Der ist da abgehauen bestimmt! Der stand da... Der war ja bestimmt grad! Genau! Und jetzt... Ah, jetzt ist auch die Kiste auch wieder! Geil! 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 Speichern und alles! Ja, genau! Du siehst ja die Serienkopf! Ja, genau! Gern denn jetzt! Volles Missteil! Geil! Geil! Endlich! Speicher jetzt erstmal ab! Warte, ich drück erstmal auf den Fernsehen! Da, Mia! 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 Sie lebt! Mia! Mia! Sie lebt! Mia! 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 Wer bist du? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Krass! Bei euch! Ruhig Blut! Ethan! Was willst du verdammt? Dich? Tod? Ich schätze, dass es nicht drin ist. Noch nicht. Dich glücklicher. Schau! Solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh! Das wäre zu viel verraten, Ethan! Krassvoller Penner ist das! Hör nach! Geh mal schnell pissen, ey! Ich muss wohl pissen!